Sonntag, 24. November, 13 Uhr, Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern gegen Hansa Roskog und Kaiserslautern hat gewonnen. Lina Grill, Kevin Krauss, Dominic Schatt, André Arnold, Philipp Hecher, Carlo Schicke-Nicker, Yannick Bachmann, Timmy Thiele, Florian Pick, Henrik Zug, Christian Kulvetter, Hansa Roskogrand, Markus Kulke, Julian Reitl, Nico Niedert, Max Reitler, Nils Bustin, Sven Sonneberg, Nikolaj Nachi, Marines Pebik, Johan Ferorik, Aaron O'Bogu, Nik O'mladik, 24 Minuten, Fußballgott, Christian Kulvetter, 1 zu 0, 41 Minuten, Florian Pick, 2 zu 0, 17 Uhr 12 Uhr